Okay, Turtles, findet mit dem Pheromod, dann kann ich den , dann kann ich den Pheromod, dann kann ich den Pheromod. Oh, das ist das, was ich? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Oh, das ist das, was ich? Oh, das ist das, was ich? Hey, ganz ruhig! Gute Arbeit, und los! Ihr nähert euch dem Weg, du Mutanten! Seid bl... Gute Arbeit, und los! 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 Rocksteady's Markierung ist auf der anderen Straßenseite. Holen wir das niedliche Schwein! Rocksteady's Markierung ist auf der anderen Straßenseite. Rocksteady's Markierung ist auf der anderen Straßenseite. Rocksteady´s Markierung ist auf der anderen Straßenseite. Holen wir das niedliche Schwein. Du machst mich noch wütender. Los geht´s! Geh zurück! Das war leicht. Will zurück. Leute, kann es sein, dass wir langsam echt gut darin werden? Wir sind die Anti-Feastling-Trupper. Stellt euch das Plakat vor. Lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Denk dran. Leonard hat ein neues Super-Hero-Monat gekriegt. Es könnte viel schwerer werden, mit ihr fertig zu werden. Okay. Los geht's! Oh nein! Das ist das Bin! Ich bin... Ich bin... Blaine! Schick! Ja, so ist es besser! Noch eins! Die Markierung ist hier, aber wo ist Bi? Denken wir vertikal. Wen hat es schließlich hier eine Fledermaus. Gute Idee. Sie hat Bi-Bob sicher auf ein Gebäude gebracht. Und? Noch eins! Neuer Highscore! Oh nein! Das ist nett! Oh nein, Palsam! Oh, noch Palsam! Bling! Ich bin zurück! Oh Mist! Bebop hängt am seidenen Faden! Turtles! Das hat aber gedauert! Keine Sorge, Bebop! Wir holen dich da runter! Äh! Wingard holt Abendessen! Und ich will nicht hier sein, wenn sie zurückkommt! Du machst mich noch viel ab! Sieh mal, wer der ist! Bebop! Ich halte schon einfach, ich seh dich nie wieder! Ganz schön! Oder hast du dich erfreut, dass ich nicht an deinem kostbaren Mix rumpusche? Definitiv Angst, mein Mann! Du bist mein bester Kumpel! Hast du hingeseitert, dass ich deine Worte zum Eindicht? Ich hänge rum! Nee, da raus geht rum! Ich fass es nicht, dass du ausgerechnet jetzt beatboxst! Ist irre, was das Gehirn macht, wenn man buchstäblich nicht das Handy draufkommt! Mir ist schwindelig! Das passiert, wenn man mit dem Kopf nach unten hängt! Ist ja das Essen! Wingard hat mich mit Insekten gefüttert! Um dich zu mästen? Ich glaube, sie kommen ihn wieder hoch! Komm, wir bringen dich nach Hause Große! Das war nicht so schwer! Ich fühl mich so lebendig! Leute, Dad ist verschwunden! Oh oh! Er sollte längs vom Sushi kaufen zurück sein! Ich kann Mondo auch nicht finden! Und er kommt sonst immer zum Pickleball! Ray ist auch verschwunden! Oh! Mir gehen die Bandmitglieder aus! Auweia! Wingnut hat noch drei von uns erwischt? Bei Mondo und Ray weiß ich nicht, aber Dad hat definitiv keine Fitnessuhr! Wir müssen Wingnut selbst verfolgen! Du meinst, sie chippen? Fang, freilassen! Sie führt uns zu ihren Opfern! Okay, aber wie locken wir sie dafür an? Was fördert ihren... Hunger? Also mich wollte sie jedenfalls nicht essen, glaube ich! Sie hat mich mit Grashüpfern gefüttert und mein Haar gepflegt! Darum sieht dein Iro so toll aus! Moment, sie hat dich... ...bemuttert? Vielleicht hat das Pheromon Wingnuts Mutterinstinkt ausgelöst! Oh! Wir brauchen eine Babyfledermaus! Kennen wir denn eine? Ich glaube, ich weiß, wo wir eine finden! Meine Damen und Herren, wir begrüßen hier mit voller Stolz... ...die Flederkrähe! Ganze 16 Kilogramm schwer! Ein echt dickes Baby! Hättest du es nicht leichter machen können? Immerhin müssen wir das Ding bis aufs Dach schleppen! Es sollte realistisch sein! Ich glaube, das hat nicht ganz geklappt! Aber die Flügel sind der Hammer Leatherhead! Was soll ich sagen? Papa ist mein Medium! Ich finde die Flederkrähe niedlich! Hoffentlich findet Wingnut das auch! Mal sehen, ob sie zugreift! Oh! 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 Bomb~! ot üιά Tag. Wohnzgang und Luck! Vierring an, Cucai zu lassen! Pämmelt Hier ist es, wieder wie hinter der Mocahline Beause! Chauh! fam? 足! Marine Anita! перевürfen in Superman! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Los jetzt! Ja! Zeig's ihm, Malki! Boah, wo dürft es? Sammelt unbedingt eine... EKLICH! Mission abgeschlossen! WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR. Drehen wir eine Runde mit dem Ding. Ganz ehrlich? Ich kann mir Wingland nur schwer als Mutter vorstellen. Ich hab sie letztens mit Puppenspielen sehen. Das sind keine Puppen, sondern wertvolle Anime-Action-Figuren. Die kosten in Japan eine Menge Geld. Die zu sammeln ist mehr als ein Hobby. Das erklärt dann die lustigen Stimmen, die sie gemacht hat. Jetzt bin ich sauer. Gone. Wie jour mit dem Ding? Ja, da, zu natürlich auch ein GemANE! – Was beschäftigt nicht mehr? WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR 75-201. Okay, das war jetzt hier! Mein Behl mentioning! tuck Dank die Argon nicht würde, nicht sonstig zu stellen! WDR mediagroup WDR Zeit, es abllant uns olliert. WDR 2017 WDR 2 – we das nicht. Schön viel besser. Schön langsam. Das ist nicht weg. Achtung, die Strecke konnte. Viel Sätze. Nicht schlecht. Hier sollte es irgendwo einen Weg auf die Dächer geben. Gut, schauen wir uns um. Jetzt bin ich sauer. Hier fanden sie. Das ist super in dein Zimmer. Da sind wir überreden. Hier fanden sie. Er wird schafft, Jungs. Und dann sind sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neuer Highscore! Das ist nicht witzig! Neck, wenn ich saue! Neck, wenn ich saue! Das kommt super in mein Zimmer. Volle Energie! Hier ist ein guter Ort für die Flederkrähe. Setzen wir sie mitten rein, dann kann Wingnut sie nicht verpassen. Wie lange warten wir noch? Ick, 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 Sie kommt! Das war ich, Depp. Wow, das war echt überzeugend, Raph. Auf dem Doku-Kanal ist Fledermaus-Woche. Hab geübt! Alter, das klappt echt! Da kommt Wingnut! Wow, wie zärtlich sie mit der Flederkrähe ist. Ich hab Wingnut noch nie so voller Liebe gesehen. Dann warst du noch nie mit ihr Manga kaufen. Auf drei! Eins, zwei... Sag hallo zu meinen kleinen Freunden! Okay, das war eigentlich auf zwei, aber egal. Sie ist erledigt! Donny, Tracker! Und klick! Und jetzt? Es besteht wohl immer die Chance, dass sie auf... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Unnormales, wollte ich sagen! Pfff! Aaaaaah! Sie fliegt weg! No, Wingnut! Schau, Flederkrähe! Sie werden so schnell erwachsen! Das war nicht so schwer! Das war nicht so schwer! Hier, ich hab Wingnuts Workout auf einer Karte eingetragen. Sie ist echt fleißig. Aber in diesen drei Bereichen bewegt sie sich nicht. Drei Nester. Jedes mit Gefangenen. Drei Rettungen. Das packen wir. Wie passe ich in die Rettungspläne? Ich bin eher Schreibtischtäter. Du musst weiter an dem Heilmittel forschen. Ohne Gegenmittel bleibt Wingnut so wie sie ist. Wir haben sie K.O. geschlagen, aber das hat nichts gebracht. Also, für Wingnut stutz ich mich natürlich gern wieder ins Getümmel. Aber ich brauch ein Labor. Das Feuer hat mein altes zerstört. Ich hab mein Mentor Tobi Scanlan schon gebeten, dich in seinen Inkubator zu lassen. Du kriegst ein neues Labor im Koexistenzzentrum. Wird Mr. Scanlan da nicht ein Investor unserer Forschung? Wenn wir eine Heilung finden, kann er sie ausbeuten. Wenn du damit eine Massenherstellung meinst, müssen wir das nicht eh machen? In der Stadt sind hunderte infizierter Mewbies. Das Geschäftliche war nie so meine Sache. Okay? Los geht's. Für die Mutanten und die Menschen. Yay! Yay! Du richtest dich im Koexistenzzentrum ein. Wir retten Dad, Mondo und Ray. Wir retten Dad, Mondo und Ray. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!